...wechselt und verlässt Juventus Turin. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten würden froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Soldado! Soldado! Boah. Ja, ich hätte nur mal gewechselt. Chance vertan, die Kugel ist weg. Das könnte der Gelegenheit werden. Das ist ein Glück, muss ich sagen. Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp im Abseits. Super type. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Jetzt Moussacchio. Soldado! Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Der Ball kommt. Die Flanke kommt rein. Er kann abwehren. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. So, ein. Los geht's! Wir steigen ein in die zweite Hälfte dieses Gruppenspiels. Und den spielt er gleich wieder zurück. Sehr guter Einsatz. Wird's jetzt gefährlich. Drinkwater! Schade, das war richtig, richtig knapp. Um ein Haar hätten sie die Führung erzielt. Bruno. Er trifft den Pfosten. Mares. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Das könnte gefährlich werden. Stark gearbeitet hier. Ndiaye. Das gibt ein Wurf. Ball ist draußen. Bruno. Wird das eine Torchance? Schöne Flanke. Gut aufgepasst in der Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Er versucht's. Da passt der Torhüter auf. Und mit der Parade hielt er sein Team ins Spiel. Es geht weiterhin unentschieden. Und er gibt Elfmeter. Auch zur Führung. Du wirst sie mitmuten, muss ich sagen. Kein Tor! Das gibt es nicht. Samson. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Der hat sie mit dem Kripo in Heide. So feste? Da hat er nichts mehr zu ziehen. Da hat er nichts mehr zu tun. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenhaus. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Und so wird das Ball am Pfosten. Starke Parade. Das war eine wichtige Parade. Wäre sonst der Rückstand gewesen. Hast du das gesehen, Mama? Hast du das gesehen, wie Adlaut gerettet hat? Das war richtig geil. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Slimani. Super Einsatz vom Toilter. Die Null steht auf beiden Seiten. Großes Lob an die Verteidigungsreihe. Das gibt Ecke. Da kommt der Schuss. Soldado. Er entscheidet auf Freistoß. Es gibt den Platzverweis. Vertretbar? Ja, das Wetter spielt hier sicher auch eine Rolle. Ich glaube nicht, dass er da böse eingestiegen ist. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Das ist in die Rote-Kart-Württ. Hä? War der Hofraus? Ja, aber er wollte nicht. Frag Maffin, sie war raus, ne? Ja, Marvin. Das gibt Abstoß. Wow. Wow. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Geht der rein. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Der Versuch war harmlos. Es gibt hier ein Wurf. Es gibt hier ein Wurf. Slimani. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Savo Castillejo. Bakambu. Wird's jetzt gefährlich. Macht er ihn. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Herr Listink. Er versucht's. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Bakambu. Oh mein Haar. Hätten sie die Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Fuchs. Gute Aktion. Wird das seine Torchance? Jetzt die Flanke. Und die Flanke hat er. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Und entsprechend groß ist der Lärm hier nochmal. Ich bin gespannt, was hier noch passiert in den letzten Minuten. Fünf Minuten haben wir noch. Sieht so langsam, aber sicher nach einer echten Nullnummer hier aus. Schuss. Boah, was war das denn mit dem Schuss? Damit zumindest das Remi. Spiel ist gleich aus. Und viele Chancen wird's hier nicht mehr geben. Wieder von... Das Spiel ist gleich vorbei, aber der Freistoß wird natürlich noch ausgeführt. Das ist korrekt. Es gibt Geld. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Amate. Das könnte gefährlich werden. Und da verlieren sie den Ball. Oh, also der ist gepasst. Dem Ball holt er sich vollkommen problemlos. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. Vier Minuten Nachspielzeit. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Superflanke. Uloa. Ganz wichtig nochmal. Diese Ecke. Ob sie die Chance nutzen können? Die Gelegenheit. Der Schuss war gefährlich. Schussversuch. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Sieht so aus, als könnte er heute zu Null. Uloa. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Und hier jetzt der Statistikvergleich. So viele Ecken gab es bisher. Abwehr-Innenfilter-Lebo. Hamburg-Küttel-Wiederfüll. Das müssen wir aufhauen. Ich habe auch. Jetzt falls du nur klatschst wieder. Ich versuche es nicht mal. Du bist ja in den Landstuhl. Jetzt kriegt er fünf Euro mehr als ihr denkt. So. So, ich weiß nicht, ob wir besser sind. Ja ja ist ja egal 5 jahres Zahra der nicht annimmt wenn alle nicht annehmen 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 15 16 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 15 16 16 16 16 das kann man so spielte genau verlieren ja guck mal hier mal, er kann auch nur verlieren das ist klar hier nur fresse kriegen der kleber lass ich drin